Der Chief Executive Officer der Creative Artists Agency, Brian Lohr, kontete am Donnerstag die kontroversen Aussagen des langjährigen Rivalen, des Chief Executive Officer der Agentur WME, Ari Emanuel, in Bezug auf die jüngste Klage, die von der Schauspielerin Julia Ohrmann gegen die K. eingereicht wurde. Emanuel, der CEO des Mutterkonzerns von WME, nahm diese Woche an der Bloomberg-Green-Time-Konferenz teil und forderte, dass Lohr und sein langjähriger Partner Kevin One aufgrund einer Klage von Ohrmann beurlaubt werden sollten. In dieser Klage wirft Ohrmanns der Walt Disney Company und der Car Compliance uns den übermäßigen Gebrauch vor, den sie nach ihren Angaben durch den in Ungnade gefallenen Filmproduzenten Harvey Weinstein erlitten hat. Wir wissen alle, dass Ari Emanuel unglaublich theatralisch und unberechenbar ist und in meinen Augen vor allem eignet sich, sagte Lohr während seiner eigenen Sitzung auf der Bloomberg-Konferenz. Lohr ging weiter und konnte kaum glauben, dass Emanuel versuchte, die moralische Oberhand in Fragen, die Frauen betreffen, zu gewinnen. Er erinnerte an Vorfälle um Donnerweit, die Leiterin der von Emanuel betriebenen Ultimate Fighting Championship, die 2012 bei einer Party gefilmt wurde, wie sie ihre Frau schlug. Die Vorstellung, dass er sich in irgendeiner Weise als moralisch überlegen gegenüber anderen darstellen könnte, aber speziell in Bezug auf Herausforderungen für Frauen, ist ironisch angesichts der Unternehmen, in die er seine Gruppe und die Männer, die er verteidigt, einbezogen hat, und vielleicht seine Berater in Frauen fragen, aber es handelt sich um sehr ernsthafte Angelegenheiten. Sie sind nicht für irgendwelche heuchlerischen Schlagzeilen gedacht. Von mir wird er keine bekommen, sagte Lohr. Sieben Tage nach dem Erscheinen verstörende Aufnahmen von UFC CEO Donnerweit, wie sie ihre Frau auf einer Silvesterparty schlägt, versucht das Mutterunternehmen Endeavor weiterhin, sich der Kontroverse zu entziehen. Die gesamte Emanuel-Sipper ist undurchsichtig und eignet sich, daher ist es nicht überraschend, dass sich Megan und Ari gegenseitig ausgewählt haben. Undurchsichtig zieht undurchsichtig an. Das Beste an Megan ist, wie ihre Inkompetenz und Antikarisma alle undurchsichtigen Menschen und ihre zwielichtigen Pläne entlarvt. Ari hat wahrscheinlich schon einen schlechten Ruf, sagte Lohr. Ari hat nicht mehr viele Kunden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass niemand auch nur am entferntesten mit Megan in Verbindung gebracht werden möchte. Sie ist schlechte Presse. WME ist genauso aufmerksamkeitsheischend und geldgierig wie Megan, aber im Moment bringt sie kein Geld ein. Talentagenturen erhalten nur einen Prozentsatz des Geldes, das für die von ihnen vermittelte Arbeit gezahlt wird. Bei ihr zahlt sie ihnen nichts aus eigener Tasche, also verdienen sie kein Geld, und sie zahlt kein Geld. Wie lange wird WME sie behalten, wenn sie ihren Ratschlägen nicht folgt, was sie nicht tut, und damit unvermarktbar wird, ist eine offene Frage. WME hat von Anfang an nicht erkannt, dass sie all das tun können, und Megan wird es immer noch vermasseln und zum Misserfolg machen, weil sie sich nicht heraushalten kann. Jetzt löst die WME-Agentur sie langsam, aber sicherlos und bereitet sich darauf vor, sie den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen, sobald der Schaden, den sie durch zwielichtige Menschen mit echter Macht, Geld und vielem zu verbergen verursacht hat, ihren Nutzen übersteigt.